Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 10106 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Teile dein Wissen und deine Freude mit anderen, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Teile dein Wissen und deine Freude mit anderen, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Energieausweise sind ein wichtiges Instrument zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden. Energieausweise sind ein wichtiges Instrument zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden. Energieausweise sind ein wichtiges Instrument zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden. Wie kann man die Risiken erkennen, und wie geht man mit ihnen um? Wie kann man die Risiken erkennen, und wie geht man mit ihnen um? Wie kann man die Risiken erkennen, und wie geht man mit ihnen um? Mein Arbeitgeber ist vertrauenswürdig. Er behandelt seine Mitarbeiter fair und gerecht. Mein Arbeitgeber ist vertrauenswürdig. Er behandelt seine Mitarbeiter fair und gerecht. Mein Arbeitgeber ist vertrauenswürdig. Er behandelt seine Mitarbeiter fair und gerecht. Ralf ist begeistert über das überraschende Ergebnis des Schwangerschaftstests. Ralf ist begeistert über das überraschende Ergebnis des Schwangerschaftstests. Ralf ist begeistert über das überraschende Ergebnis des Schwangerschaftstests. So funktioniert das mit dem Ei. Wir schlagen es auf und trennen das Eigelb vom Eiweiß. So funktioniert das mit dem Ei. Wir schlagen es auf und trennen das Eigelb vom Eiweiß. So funktioniert das mit dem Ei. Wir schlagen es auf und trennen das Eigelb vom Eiweiß. Über 40% der Eventmanagerinnen in der Schweiz sind Frauen. Über 40% der Eventmanagerinnen in der Schweiz sind Frauen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.